Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Gian Piero Ventura verpasste mit Italien die WM in Russland, Urheberrecht, Getty Images Update, Italiens Ex-Trainer Gian Piero Ventura erhält eine neue Chance. In Genoa muss zudem Trainer Davide Balladini sein Wut nehmen. Zehn Monate nach seiner unrühmlichen Entlassung als Coach der italienischen Nationalmannschaft bekommt Trainer Gian Piero Ventura eine neue Chance. Laut Medienangaben wird er zum neuen Coach des Erstligisten Chifo Verona anstelle von Lorenzo Dana bestimmt, der von dem norditalienischen Klub am Dienstag nach der 1-3-Niederlage gegen den AC Mailand am Sonntag entlassen wurde. Anzeige, der ZN gratis testen und die Serie A live. Ventura soll am Mittwoch das erste Training leiten, Chifo ist zurzeit das Schlusslicht der Serie A. Dem Klub waren wegen Bilanzfälschung drei Punkte abgezogen worden. Ventura hatte mit der italienischen Auswahl die Qualifikation für die WM-Endrunde in Russland verpasst. Genoa entlässt Trainer Balladini der Erstligist FC Genoa 93 und ließ ebenfalls seinen Trainer Davide Balladini. Er wird durch den Kroaten Ivan Juric ersetzt, der den Genoeser-Verein bereits zweimal in den vergangenen Jahren trainiert hatte. Vom Sportinformationsdienst Vom Sportinformationsdienst